Das Einzige, was man machen kann, überwachen, ob Stoppstellen diaktiviert werden, obwohl der Kanada ist und sowas. Das wäre noch möglich, das wäre ein Fehler, das wäre ein Fehler im Steuerprogramm, weil wozu eine Stoppstelle diaktiviert werden, wenn keine anwesend ist? Funktioniert doch. Klar, wenn man da ist, dass der nächste Planadestruktion schon frei ist oder sowas, kann man auch nicht sagen, dass man da durchfahren kann, aber so wird es eh keiner kontrollieren von dem hier. Ich wünsche mir, dass wir es noch bis zum nächsten Planadestruktion unterliegen. Ich wünsche mir, dass wir es noch bis zum nächsten Planadestruktion unterliegen. Ich wünsche mir, dass wir es noch bis zum nächsten Mal.